Ach, ja, hier brennt es immer noch. Das ist sehr symbolisch dafür, dass hier das ganze Projekt, äh, ja, praktisch verbrannt ist. Naja, das war jetzt nicht so ganz toll formuliert, aber ihr wisst denke ich, was ich meine. Das Projekt gab es ja seit Monaten, keine Folge mehr. Und jetzt kommt einfach mal wieder eine, weil, warum nicht? Einfach, damit wir das endlich mal zum Abschluss bringen. Mit einem stummen Dekar. Ich wollte dich schlagen und dann sollten meine Hunde nicht angreifen. Ja, es hat nicht geklappt. Ähm, ja, was ist denn eigentlich mit diesem Projekt passiert? Äh, fangen wir mal bei der Stunde Null... Was? Alles scheiße. Fangen wir mal bei der Stunde Null an, wollte ich sagen. Ja, ich habe alles falsch gemacht, das ist ja nichts Neues, das mache ich ja generell immer. Äh, ja, was war denn das größte Problem deiner Meinung nach? Warum das Ganze so schief gelaufen ist? Wofür? Nein. Äh, das ist kein Problem, glaube ich, oder? Äh, ja, ich sehe in Minecraft langsam ein Problem, weil jetzt Spiele nicht mehr so abgelöst. Ja, also da haben wir erst mal das Problem, Minecraft ist generell nicht mehr so. Ja. Das ist dann schon mal das erste Problem, da können wir jetzt wenig dran ändern, weil wir können schlecht Minecraft wieder berühmt machen. Alter, was ist das für eine Belagerung hier draußen? Ja, hier vor unserer Burg, ne, da sind 20.000 Monster so ungefähr. Die alle jetzt vor dem Burg... Und sie fallen in den Burggraben rein. Das sieht schon lustig aus. Alter, diese Hunde-Armee. Macht die alles fertig? Ja, macht sie. Und die Monster werden von Hunden aufgefressen. Alter, das ist so extrem. Ja, äh, das... Darauf wollten wir uns ja gar nicht aufhalten so lange. DK sprengt hier so die halbe Welt in die Luft und seine Hunde auch. Äh, aber ist jetzt eh egal, das ganze Projekt ist ja in die Luft geflogen. Ähm, was hatten wir noch für Probleme, außer dass Minecraft nicht mehr so, naja, ist. Ähm, du bist hier der Problemanalyst, du musst das sagen. Was hatten wir noch für Probleme? Was findest du? Zu wenig Explosionen. Was? Zu wenig Explosionen. Das ist auch eine Möglichkeit, Probleme zu sehen. Wir hatten zu wenig Action, sagen wir mal. Ja, was hatten wir noch? Äh, generell, es kam irgendwie einfach nicht die Anzahl an Leute, die man erhofft hätte. Ich weiß auch nicht, wie man hier an mehr Leute rankommen soll für so ein Projekt. Äh, weil das letzte Mal, als es Blockton gab, das war halt von Shadow organisiert. Und der kann, der hatte halt irgendwie die große Community damals, die ich einfach nicht habe. traurig. Ich will fliegen können. Er will fliegen können. Äh, ja. Kannst du mir mal kurz Kreativ-Mod geben? Ja, jetzt ist ja eh egal, äh. Komm, dann darfst du hier mal kreativ sein. Jo, Hunde fliegen wir nach. Ernsthaft? Ja klar, die Teleputin ist ja, also... Und man hat hier doch auch den Fly-Befehl, dann fliegen wir... Dann fliege ich auch mal hier eben rum. Einfach, damit wir mal hier das Ganze so ein bisschen, äh, unter uns sehen, was wir hier eigentlich gebaut haben. Äh, ihr seht ja schon halt, unsere Burg haben wir hier so angefangen, aber wirklich fertig wurden wir damit auch nicht. Alter, was? Hm? Ähm. Ja, hat jemand ein sehr bedenkliches Bildchen gemacht. Oh. Oh. Das reißen wir mal lieber ab, das gehört nämlich hier nicht drauf. Wer war das? Ich weiß es nicht. Da war ich irgendwo im Kreativ-Modus, hier liegt Eisenerz oben rum. Warte mal, ich mach mich mal Game-Mode-1 dafür. Also sowas wollen wir hier nicht haben auf dem Server. Aber ich weiß nicht, wer war denn hier online überhaupt auf diesem Server? Hä? Ich weiß nicht, wer das gebaut haben könnte. Alles klar, Leon hat hier auch plötzlich ganz viel, äh, Zeug. Wo, äh, from a high place. Ups. Naja, egal. Also irgendwie muss der sich Kreativ-Modus gegeben haben, aber wie? Ja, ist doch auch egal. Ja, ist jetzt auch egal. Jetzt ist sowieso alles im Eimer. Ähm. Zünde nicht hier alles an. Das kann doch eh nichts verbrennen. Ja, trotzdem. Ähm. Drowned too hard. Was haben wir denn noch so zu besprechen? All meine Wölfe sind tot. Was haben wir noch zu besprechen? Außer der Tatsache, dass, äh, Minecraft nicht mehr so toll ist, es keine Action gab. Ja, jeder hat sich jemand in den Erzielt-Modus. Komm mal zu mir. Meinst du wegen den Creeper-Köpfen? Ja. Ich, ne, die Creeper-Köpfe kann man sich hier kaufen doch, im Shop. Was? Ja? Vielleicht hat er irgendeine Möglichkeit gefunden, unendlich Geld zu machen. Vielleicht hat er es so gemacht wie du. Sehr gut. Ja, ähm. Aber nee, hast du das doch blockiert? Eigentlich schon. Äh, ja, was gibt's denn noch zu erzählen? Ähm. Ja, was haben wir denn noch so alles, was hat denn noch alles nicht funktioniert? Ich mach nicht mal wieder auf Game Mode. Ja, die Leute waren nicht aktiv. Au. Ja, die Leute waren nicht aktiv, da fängt's ja auch schon mal wieder an. Ähm. Die Leute hätten einfach viel aktiver sein müssen. Also. Es war halt so nach zwei Wochen oder so, war niemand mehr online wirklich auf dem Server. Das hat das alte Blockdown-Projekt irgendwie auch besser hingekriegt. Ich weiß aber nicht, wieso damals das besser funktioniert hat. Ich glaub, es könnte sein, wenn einfach mehr Leute da waren. Ja gut, das kann natürlich der Grund sein. Ähm. Ja, Alter, jetzt zündet er hier alles an. Ähm. Wölf! So, all meine Wolfe sind tot! Ja, hast du voll gemacht. Äh, was kann man denn noch so sagen? Außer, dass, äh, dass mehr Leute da waren. Ähm. Sagen wir doch vielleicht mal, was könnten wir besser machen bei einem weiteren Minecraft-Projekt? Weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Ja, ich weiß, es kommen halt zur Zeit auch keine Micro-Projekte raus, an denen man sich orientieren könnte. Also, ich mein, auch wo ist YouTube? Äh, irgendwie kommt da einfach nichts mehr. Ich mein, man könnte im Prinzip ja eigentlich nur noch in anderen Spielen wirklich Projekte machen, die dann vielleicht relevant werden. Aber ob das so gut ist? Weil momentan ist halt die Sache, äh... Minecraft ist so langsam am Ende, was so die Community angeht. Andere Spiele haben wir halt immer mal wieder so einige Monate, vielleicht auch ein, zwei Jahre, gut ein, zwei Jahre glaube ich jetzt nicht, aber so einige Monate ist dann immer mal ein Spiel im Fokus und dann ist es, dann hat man irgendwie schnell ein Ersatzspiel dafür. Ähm, ja, was gerade so aktuell ist, das wissen die Leute glaube ich auch so ungefähr, aber das wird wahrscheinlich auch in den nächsten paar Monaten nichts mehr bedeutend sein. Und daher können wir uns da eigentlich raushalten aus dieser ganzen Spiele-Sache, ja ich weiß auch nicht, was ich hier rede. Ich hab Doggy-Stick. Oh je. Ähm. Ja, was können wir denn noch so machen? Äh, SirCyborg hat mich vorhin angeschrieben, er will jetzt irgendwie ein Minecraft Avenger Special machen oder so. Wie auch immer er das sich vorstellt, das weiß ich auch nicht genau. Vielleicht werden wir da mal mitmachen, das wird dann aber denke ich nicht so lange sein. Da werden wir vielleicht ein, zwei, drei, vier Folgen mal machen. Und dann, ja ich wollte ja eigentlich noch mal mein normales Minecraft-Let's Play mal fortsetzen, aber das halt auch erst, wenn es Shader und Mods und alles für die 1.13 gibt. Das will ich dann aber auch etwas spannender gestalten als die vorherigen Staffeln. Bedeutet, dass ich dann doch, äh, wirklich extreme Bauten bauen möchte. Wo ich dann halt auch mal irgendwie ganz, äh, auch wenn ich Sachen zusammenschneide irgendwie. Das heißt dann so ungefähr, ihr kriegt dann halt, äh, immer mal so eine Folge, die geht dann bestimmt eine halbe Stunde oder so und da baue ich dann ein Hochhaus. Äh, gut, das vielleicht nicht. Ein Hochhaus. Ja, das ist dann vielleicht doch in einem Survival-Spiel ein bisschen, äh, ja, zu viel verlangt. Ich muss nur an die eine Stadt nicht erinnern. Ja, da kommen wir auch noch dazu. Ich wollte ja jetzt, äh, demnächst mal wieder das Show-Folgen rausbringen. Oh. Ja, da hast du einiges gezeigt. Ja, da hab ich, weil die letzte, letzte, letzte Zeit herum war es ja damals, die letzte Folge davon, war, das war ja, wir hatten mal einen Livestream zwischendrin gemacht, 2016. Seitdem hat sich einiges getan. Ach du Scheiße. Gut, eigentlich nicht mal so viel, weil ich hab zwischendrin, ich hab ja 2017 eigentlich so gut wie gar nicht in Welt 1 gespielt, weil ich da hauptsächlich auf Evisions war. Ähm, aber zumindest jetzt so dieses Jahr hat sich da schon einiges getan. Ich meine, äh, ich konnte DK ja neulich, das kann ich dir mal sagen, er war ja auch längere Zeit nicht mal auf der Welt online so ein, äh, das letzte Mal als er davor online war, war, glaube ich, äh, in diesem, in diesem Einführungsvideo von Blocktown, also vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob er zwischendrin nochmal online war, weil jedenfalls dann, äh, in dieser Zeit konnte ich ihm plötzlich schon, äh, praktisch, äh, praktisch die ganze Welt nochmal neu erklären, weil die sich so geändert hat. Ja, das macht's aber dauernd. Ja. Ich meine, wenn man sich Welt 1, äh, anguckt, äh, wie die ursprünglich aussah, gut, ursprünglich, weiß ich auch nicht, was ursprünglich ist, also sagen wir mal, wie Welt 1 so in den ersten Folgen... Oh, er muss weg. Dann, ich bitte. Ja, wann bist du wieder da? Ich esse jetzt, oder so. Ach so. Ja gut. Danach wollten wir noch ne Aufnahme machen. Ja, ja, dann ist DK jetzt weg, dann kann ich hier mal so ein bisschen weiter philosophieren. Ähm, ja, Welt 1, das ist halt so ein Beispiel, ich baue halt schon extrem, aber das ist halt kreativ. Und Survival, weiß ich nicht, wie schnell ich da bauen würde. Wobei man halt ja auch gesehen, in, äh, Elysions hat sich ja auch wirklich einiges getan. Also ich glaube, so ähnlich werde ich dann auch das normale Let's Play halten. Ähm, ob es dann wieder 100 Folgen in der Staffel gibt, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, wenn ich dann so viel finde, was man da machen kann. Ähm, ja. Was dann das Special davon wird, das weiß ich auch nicht, weil das letzte Special von Let's Spiel, äh, Let's Spiel sag ich noch, Let's Indie war es ja in der dritten Staffel. Äh, das Special davon war ja wirklich schon sehr aufwendig. Äh, war aber auch, finde ich, dann sehr spaßig sich das anzuschauen. Ich weiß nicht, wie die Leute das so fanden. Äh, jetzt ist die Karte natürlich weg, jetzt kann der Nation ja nichts mehr sagen gerade. Ähm, ich denke aber mal, auch den Leuten wird es gefallen haben, was da so als Special dann rauskam. Äh, gut, ausrufmäßig, ich glaube, das Special ist momentan bei etwas über 40 Ausrufen. Das kann natürlich jetzt noch besser gehen. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was die anderen, äh, Voll, äh, Staffelfinalfolgen hatten, die aber auch wirklich relativ langweilig im Vergleich waren. Die anderen Staffelfinalfolgen war ja einfach das eine Mal, wir machen eine überlänge Folge. Das war damals irgendwie noch, äh, ein tolles Special, dass man eine Folge hat, die eine halbe Stunde geht. Äh, ist mittlerweile auch nichts Besonderes mehr. Dann hatten wir ja dieses, wo wir die Welt in die Luft gejagt haben und jetzt hatten wir halt das Folge 300 Special. Was ich da als, äh, was ich da dann machen will, damit ich das noch übertreffe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich dann, ja, keine Ahnung. Äh, da mache ich mir dann Gedanken, 2020 oder wann auch immer dann das Finale kommt. Und, das könnte wirklich 2020 sein, weil, wenn ich die Staffel dieses Jahr anfange, nächstes Jahr fortsetze und übernächstes Jahr zu Ende bringe, dann sind wir bei 2020. Das ist irgendwie bedenklich, aber so ist es halt.